und herzlich willkommen zu einem neuen video thema heute verstellung der außenspiegel beim sead ateka das wurde gewünscht und da habe ich gedacht dann mache ich mal ein entsprechendes video ich fange drinnen an über den wählknopf im moment im ausgesplappten zustand drehe ich den knopf entsprechend nach drinnen oder nach oben klappen sie ein drehe ich wieder zurück klappen sie entsprechend wieder aus dieses fahrzeug hat entsprechend kessie keyless entry und jetzt zeige ich euch mal wie das ganze halte ich meine hand hier vorne vor verriegelt das auto habe ich etwas länger darauf circa drei sekunden geht entsprechend der außenspiegel automatisch ran halte ich meine hand rein entriegelt das auto außenspiegel klappt automatisch wieder ein aus schuldigung dritte möglichkeit die ich entsprechend habe ist über den schlüssel zu verriegeln ich verriegele einmal mit kurz drücken drücke ich jeweils die länge auf den schlüssel drauf oder auf den verriegeln button fahren die außenspiegel ein öffne ich das auto entsprechend wieder klappen die spiegel aus ja das war es auch schon zu den funktionen zu den außenspiegeln hoffe konnte wieder ein bisschen dazu beitragen und ihr freut euch darauf wenn eure autos entsprechend bei kommen oder ihr freut euch über die autos die ihr entsprechend schon habt einen schönen tag